so wir haben ich glaube am freitag weiß nicht 21 22 irgendwie so und ich bin gerade in der seilbahn auf den wallberg hoch das sind 1750 meter und ich bin jetzt hier in dieser winzig kleinen vier personen kapsel mit den beiden hunden die zu viel kriegen die ganze zeit runterschauen relativ schlimme höhen angst und ich sehe noch kein ende warum das war auch meine idee